Hallo Schatz. Hallo. Na, wie war's? Anstrengend. Das glaube ich. Ich habe dir was mitgebracht. Oh. Tada. Die ist ja wunderschön. War auch nicht ganz billig. Ich habe dich vermisst. Ich dich auch. Schau mal. Hast du einfach gekocht? Lasagne. Selbst gemacht. Oh, das riecht ja fantastisch. Sag mal, diese Karin aus der Buchhaltung, war die eigentlich auch mit in der Schweiz? Karin? Nee. Jede Lüge braucht einen Mutigen, der sie zählt. Bildsblock.de Papa!